so einen schönen guten morgen es kommen mal wieder videos zustande heute ist der 28.07 und wir haben beschlossen wir fahren weiter wir sind schon wieder am packen und wir haben ja auch kleine veränderungen die werden wir dann aber noch gegebenen anlass zeigen wir haben ja jetzt hier neue schuhe in dem fall mit klickerpedalen da haben wir ja hier schon ein bisschen ich habe bei mir hier barfuß also die spikes abgemacht und auf der anderen seite kann man klickern und bei schatzi hat halt jetzt auch so eine schönen klickerpedalen aber die hat ihre spikes noch dran aber wir probieren die dann mal aus auf lange strecken da sind schatzi schuhe halt ein bisschen anderes modell und schatzi hat einen anhänger sehr schön ja schön voll gepackt ja genauso wie meiner meiner ist auch voll da kommt jetzt noch wasser rein irgendwie und dann ja keine ahnung irgendwie so und ja dann sind wir schon startklar und wir haben natürlich super tolle leute hier kennengelernt und haben uns natürlich sehr darüber gefreut und haben gestern noch mal schön abend verbracht ja heute soll es eigentlich nicht so schön das wetter werden aber gott ist auf unserer seite und es scheint die sonne das ist super und ja wir freuen uns heute aufs weiterfahren natürlich sind wir außer form wir haben ja sechs wochen rum gegammelt kann man so sagen und ja es wird uns natürlich schwer fallen jetzt wieder mit dem ganzen gepäck unterwegs zu sein aber stück für stück meter für meter und dann schaffen wir das auch und ja die kraft kommt schon wieder nach zwei wochen muskelkalter werden wir das schon wieder hinkriegen so gut wir machen jetzt erstmal noch den rest hier alle dran und haben alle akkus vollgeladen und ja starten in richtung hamburg würde ich sagen weil wir müssen ja über die elbe und wollen ja richtung niederlande belgien etc also wie wir sind von da aus weiterfahren wissen wir jetzt noch nicht aber so in die richtung und dann vielleicht frankreich oder grenzgebieten mal sehen und ja da sind wir halt sehr spannend aber die nächsten fahrer jetzt erstmal richtung hamburg und niederlande und dann sehen wir weiter wo uns das heute hin versteckt also war erstmal der erste take nach so langer zeit es geht weiter sehr gut bis bald